Elmar, es hat niemand mehr Zweifel nach heute daran, dass es heißen könnte, Trump gegen Biden ein weiteres Mal, oder? Nein, da gibt es null Zweifel. Die beiden haben es geschafft, heute relativ nah schon an diese Grenze von 50 Prozent der notwendigen Delegierten Stimmen heranzukommen. Also Donald Trump liegt noch knapp 300 Stimmen weg davon, dass er tatsächlich eben schon inoffiziell eigentlich der Kandidat der Republikanischen Partei ist. Bei Joe Biden sind es noch etwa 600 Stimmen, die fehlen. Und die beiden werden das schaffen innerhalb der nächsten zwei Wochen, entweder am 12. März oder am 19. März. Vor allen Dingen am 19. stehen noch einige große Bundesstaaten an, zum Beispiel Arizona, zum Beispiel Florida. Und da werden es wohl spätestens beide schaffen, eben über diese magische Grenze hinwegzukommen. Die Herausforderin von Donald Trump, Nikki Haley, die hat es geschafft, einen Bundesstaat für sich zu entscheiden heute, Vermont. Und trotzdem ist ihre Rolle ja in dem Wahlkampf nicht uninteressant und bleibt es wahrscheinlich auch. Warum? Ja, man muss ins Kleingedruckte sehen. Wenn wir die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten anschauen, dann sehen wir, dass Nikki Haley in einigen Bundesstaaten vielleicht nur wenige, 10, 15, 20 Prozent der Stimmen abbekommen hat von den Wählern dort. Wenn man aber auch einige Bundesstaaten sieht, in denen sie 20, 25, 30 bis zu 40 Prozent der Wählerstimmen bekommen hat und man rechnet dann diese Stimmen hoch, dann kommt man auf über eine Million Stimmen, die am Ende für Nikki Haley gestimmt haben in den einzelnen Bundesstaaten. So, und jetzt kommt es entscheidend darauf an, würden die auch einen nominierten Donald Trump unterstützen, wenn er im Sommer vom Parteitag auf den Schild gehoben wird. Und wir wissen von Umfragen, Nachwahlumfragen gewissermaßen draußen vor den Türen der Wahllokalen, dass ein Großteil der Wähler von Nikki Haley das nicht tun wollen. Also sie geben an, dass sie tatsächlich dann im November bei der Präsidentschaftswahl entweder gar nicht wählen oder vielleicht doch einen anderen Kandidaten. Das sind viele moderate Republikaner, es sind auch Unabhängige dabei. Einige könnten am Ende Joe Biden wählen. Will im Umkehrschluss heißen, dass Donald Trump heute ein Warnsignal oder an diesem Super Tuesday ein Warnsignal bekommen hat. Es könnte sein, dass ihm Hunderttausende von Menschen am Ende fehlen werden in der Abrechnung am 5. November diesen Jahres und er vielleicht einige wichtige Bundesstaaten genau deshalb nicht für sich in seinem Lager verbuchen kann. Und sprechen wir auch über Präsident Joe Biden. Also der hat ja wirklich keine relevanten Herausforderer gehabt, gilt also als gesetzt. Aber trotzdem wollen sogar viele Demokraten ihn nicht unbedingt nochmal sehen da oben und sagen, er sei zu alt vor allem. Das sagen sogar also die Leute aus seinen eigenen Reihen. Warum also heißt es denn jetzt schon wieder Biden? Warum kein anderer Kandidat, Kandidatin? Ja, ich glaube, weil alle eigentlich schon seit Monaten wissen, dass der wahrscheinlichste Kandidat der Republikaner, Donald Trump, lautet. Und man kommt innerhalb der demokratischen Partei und zwar die Wähler in überwältigender Mehrheit zu dem Schluss. Der Einzige, der in der Lage ist, diesen Donald Trump dann zu schlagen, ist wohl der, der es schon mal geschafft hat. Und das ist eben Joe Biden, zumal der in den letzten vier Jahren, knapp vier Jahren, doch eine Menge auch durchgebracht hat von den Dingen, die den Menschen wichtig sind. Also die Agenda vorangetrieben hat auch die Agenda des linken Flügels innerhalb der demokratischen Partei. Also Joe Biden wird als der gesehen innerhalb der Partei, der es vielleicht am ehesten schaffen kann, Donald Trump zu stoppen. Andere gute Leute, die es da gibt, Gretchen Widmer, die Gouverneurin von Michigan beispielsweise, Roy Cooper, der Gouverneur von North Carolina. Das sind alles Namen, die in Frage kämen, auch als Präsidentschaftskandidaten. Aber sie haben weder im Grunde genommen die Erfahrung, noch haben sie die Ergebnisse vorzuweisen, noch sind sie bekannt genug, um am Ende Donald Trump vielleicht daran zu hindern, in das Weiße Haus wieder einzuziehen. In den letzten vier Jahren haben sich viele häufiger gefragt, warum Joe Biden nicht seine Vize Kamala Harris noch stärker aufgebaut hat, sie in den Vordergrund gestellt hat. Hast du da drauf eine Antwort? Also es ist eine Frage, die mir auch immer gestellt wird und ich kann darauf Folgendes antworten. Das eine ist, dass Kamala Harris und ich gehöre zu denen, die als sie ins Amt eingeschworen wurden, ich gebe das zu, ein Stück weit auch Tränen in den Augen hatte, weil ich das Gefühl hatte, Amerika hat es zu dem Punkt geschafft, dass eine Frau eines der höchsten Staatsämter bekleidet, endlich, dass es auch noch eine Frau ist, die aus einer Familie mit Migrationshintergrund kommt. Also ein Fortschritt für Amerika. Und dann in den nächsten Wochen und Monaten hat Kamala Harris viele Erwartungen enttäuscht. Man hatte den Eindruck, sie spricht immer wieder über die gleichen Themen und auch in der gleichen Art mit den gleichen Konzepten, wie sie es schon im Wahlkampf vorher gemacht hatte. Da kam eigentlich nichts Neues, nichts anderes. Sie hat einige Fehler in der Kommunikation gemacht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war dann, was im Sommer 2021 geschehen ist. Wir erinnern uns, damals sind die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten aus Afghanistan abgezogen. Das war sehr chaotisch. In dem Moment wirkte der amerikanische Präsident Joe Biden schwach und zwar auf der Weltbühne. Und das war der Moment, wo man offenbar im Weißen Haus entschieden hat, bei allen Themen, bei denen man Punkte sammeln kann, da musste der Präsident selber derjenige sein, der das tat. Und so hatte Kamala Harris in der Folgezeit eigentlich wenig bis keine Chancen, bei Themen halt aufzutreten, aufzuscheinen eben, bei denen sie Punkte sammeln kann. Das hat sich leider in den letzten Jahren nicht geändert. Man kann sagen, die Demokraten im Weißen Haus haben versäumt, die Vizepräsidentin weiter nach vorne zu stellen. Aber das ändert sich gerade. In den letzten Monaten hat Kamala Harris viele Bundesstaaten besucht. Sie hat in dem sogenannten Kulturkampf in den USA große Reden gehalten. Sie hatte ihren Auftritt jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, der sie überzeugend war. Sie engagiert sich jetzt in der Frage um die Israel- und Gaza-Politik der amerikanischen Regierung. Also sie ist dabei, im Grunde genommen das, wie man hier sagt, Standing zu gewinnen, damit das Zutrauen bei den Wählern am Ende da ist, wenn Joe Biden etwas widerfahren sollte gesundheitlich, dass da eine ist, die dieses Amt auch sofort übernehmen könnte. Und dann noch ein Name, weil du hast gesagt, die meisten glauben vielleicht, es klappt nur mit Joe Biden, Trump zu schlagen, Trump zu stoppen. Das glauben viele Demokraten. Nichtsdestotrotz gibt es ein Name, der auch immer wieder gefallen ist. Michelle Obama, die Frau von dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Sie hat aber immer wieder klargemacht, sie würde gar nicht kandidieren. Was glaubst du, was ist da dran an so einem Gerücht? Warum kommt das überhaupt immer wieder auf? Ich glaube, das ist eben die Sehnsucht der Menschen, sicherlich auch vieler Europäer, auch von uns Deutschen, dass wir hoffen, dass Amerika die Kurve kriegt, dass da jemand im Weißen Haus ist, zu dem man ein Stück weit aufblickt und der es irgendwie schafft, dann die polarisierte Nation wieder zu vereinen. Aber das ist natürlich eine reine Illusion. Das ist reines Wunschdenken, weil Michelle Obama selber sagt, auf keinen Fall. Die Kollegen von NBC haben gerade wieder exklusiv ein Statement von ihrem Büro bekommen. Da heißt es, Zitat, Michelle Obama will nicht oder wird nicht amerikanische Präsidentschaftsbewerberin werden. Sie will im Wahlkampf Joe Biden und Kamala Harris unterstützen. Also das ist Wunschdenken hier in den USA und die Wahrheit ist, dass sich natürlich trotzdem sehr viele eine Alternative zu Joe Biden wünschen. Ich glaube trotzdem, wenn er gesund bleibt, wenn die Wirtschaft so weiterläuft, wie sie es tut, hat er beste Chancen, diese Wahlen trotz allem und trotz der Stärke von Donald Trump auch zu gewinnen. Weil, das sagen viele, dass er in seinem Amtsgeschäft, in dem, was er tut, in dem, wie er auftritt, eigentlich immer sehr klar macht, dass er Herr aller Sinne ist, dass er die Fäden in der Hand hält. Und die nächste Chance, das beweisen, hat er am Donnerstagabend, 21 Uhr unserer Zeit, 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Dann findet hier die Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress statt. Und die muss er nutzen. Er muss einen starken Auftritt hinlegen, um klarzumachen, dass er derjenige ist, der Amerika auch die nächsten vier Jahre führen sollte. Der Grund, warum wir natürlich überhaupt über die Alternativen zu den beiden Männern auch so intensiv sprechen, ist, weil beide älter sind, also sowohl Joe Biden als auch Donald Trump, das immer wieder also kommt auch an Kritik. Es gibt hier eine Frage von einem User bei uns, Gerd Frank. Der fragt sich also tatsächlich, was wäre eigentlich, wenn beide Kandidaten die Wahl im November nicht mehr erleben würden? Also er meint wahrscheinlich, wenn aus Altersgründen das nicht mehr funktioniert, die ausscheiden würden. Gibt es da dann eine ganz klare Reihenfolge, wer dann als Kandidat in Frage kommt? Ja, da gibt es eine feste Regelung dafür. Wenn vor dem Parteitag etwas passiert, dann müsste natürlich der Parteitag über eine Alternative entscheiden. Wenn Joe Biden vorher was passieren würde, dann würde automatisch ja im schlimmsten Fall für Joe Biden, also Kamala Harris im Todesfall von Biden tatsächlich nachrücken als Präsidentin. Und dann ist sie Amtsinhaberin und dann würde der Parteitag mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nur nach einem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten suchen und sich hinter Kamala Harris stellen. Passiert das nach dem Parteitag, dann würde bei beiden Parteien jeweils die Parteiführung entscheiden. Das ist ganz interessant, weil bei den Republikanern, nehmen wir mal an, Donald Trump würde etwas widerfahren, die Parteiführung dann entscheiden müsste und möglicherweise hat er bis dahin, er will das nächste Woche schaffen, seine Schwiegertochter in der Parteiführung der Republikanischen Partei etabliert. Also auch das wird spannend. Und jetzt gibt es natürlich das Szenario, dass vielleicht doch noch, aus welchen Gründen auch immer, im Sommer Kandidaten ausgetauscht werden könnten. Bei der Republikanischen Partei vielleicht, weil auch die rechtlichen Probleme von Donald Trump so groß werden, dass viele zu dem Schluss kommen, er ist am Ende doch nicht der aussichtsreichste Kandidat für die Wahl. Und bei den Demokraten spielt ein Szenario momentan die Rolle oder spukt herum, dass Joe Biden etwas tun könnte, was 1944 Franklin Delano Roosevelt schon mal getan hat. Damals wusste der Präsident Roosevelt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer Wiederwahl die zweite Amtszeit nicht voll ausfüllen könnte. Und deshalb hat er den Kongress, nicht den Kongress, Entschuldigung, den Parteitag damals gebeten, Sie sollten den Vizepräsidentschaftskandidaten auswählen. Da gab es vier Tage Streit und Chaos bei diesem Parteitag. Am Ende wurde Harry S. Truman zum Vizepräsidentschaftskandidaten und er ist ja dann auch relativ kurz nach der Wahl amerikanischer Präsident geworden. Also wenn Joe Biden zu dem Schluss käme, aus gesundheitlichen Gründen müsste er doch noch abtreten, wäre der Parteitag der ideale Zeitpunkt. Vier Tage Chaos und Streit, aber am Ende könnte man sich hinter einem neuen Team versammeln. Und da muss nicht notwendigerweise Kamala Harris in diesem Team sein, denn der Parteitag hätte alle Freiheiten zu entscheiden, wer dann für die Präsidentschaftswahl im November antritt. Du hast eben auch die rechtlichen Probleme von Donald Trump angesprochen. Er ist in mehreren Verfahren, in insgesamt 91 Anklagepunkten muss er sich dort verantworten. Also das hindert einen nicht daran, auch wieder Präsident werden zu wollen, zu kandidieren. Diese ganzen Verfahren, das wird ihn nicht stoppen? Ich glaube nicht. Es könnte ihm sogar helfen. Im Sommer wird er mitten in Prozessen stecken. Er muss dann viel Zeit weg vom Wahlkampf verbringen, aber wahrscheinlich vor Gericht die Zeit nutzen, um dann vor Kameras sich als Opfer auch entsprechend wieder darzustellen und Wählerstimmen damit einzusammeln. Das könnte in diesem Sommer passieren, wenn der oberste Gerichtshof nicht jetzt sagt, dass Donald Trump immun ist in Bezug auf alle Taten, die er möglicherweise begangen hat, während er im Amt war. Das würde zum Beispiel den Aufruf oder die Aufstachelung zum Aufstand vom 6. Januar 2021 sein. Also es dürfte da sehr spannend werden. Wenn er vor Gericht wäre, könnte er natürlich versuchen, weiter Wahlkampf zu machen. Wenn er verurteilt würde vor der Wahl, das gab es schon mal, 1920, ein Präsidentschaftskandidat ist damals ins Gefängnis gekommen. Es war ein Anarchist vom linken Flügel. Der hat aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf gemacht, hat natürlich krachend verloren, weit abgeschlagen. Aber es ist nach amerikanischem Recht möglich, dann weiter Kandidat zu sein. Man darf also gewählt werden. Man darf nur nicht selber wählen, wenn man verurteilt würde. Und wenn er zum Präsidenten gewählt würde am 5. November, und jetzt wird es ganz verrückt, dann müsste der oberste Gerichtshof hier in den USA entscheiden, ob die Stimme oder das Votum der Wähler, der Wille der Wähler wichtiger ist als eine Haftstrafe für Donald Trump. Und wenn der oberste Gerichtshof zu dem Schluss kommt, der Wille der Wähler ist wichtiger, dann könnte Donald Trump eingeschworen werden am 20. Januar des nächsten Jahres.